Nach Hause kommen und dann Magnum. Das ist es. Ich hab immer einen Kühlschrank. Da können die Geschäfte draußen ruhig zumachen. Die Sonne scheint, ich hab meinen Magnum. Was für mein Meer? Das Knacken ist einfach wahnsinnig. Das geht einem durch und durch. Und naja, da freut man sich schon auf das, was danach kommt. Mag nur mal nie. Man kann nicht anders. Einmal anfangen und am liebsten nie mehr aufhören. Ich kaufe immer gleich zwei Packungen. Schließlich weiß man nie, was passiert.